Vielleicht könnte ich es ja mal versuchen. Vielleicht könnte ich es ja mal versuchen. Aber selbstverständlich. Warum können die Toten nicht in der Erde bleiben, wo sie hingehören? Niemand trägt auf! Niemand trägt auf! Niemand trägt auf! Niemand trägt auf! Niemand trägt die vorne! Niemand trägt auf! Das ist ein bisschen. Ha! 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 Aber selbstverständlich. Geh weiter! Ich hoffe, ich habe nachher nicht wieder überall Blut angebracht. Ich hoffe, ich habe nachher nicht wieder überall Blut angebracht. Aaaaaah! Aaaaaah! Wir müssen das hier! Bein, das ist so! Ha! Ha! Oh! Ha! 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 Zeig mir die Richter! Wird erledigt. Ja. Ha! 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 Wird erledigt. Ja? Mami? Mami na Marasam. Mami! 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 Warum können die Toten nicht in der Erde bleiben, wo sie hingehen? Mami! 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 Das war's. Aber selbstverständlich. Soll ich euch... Schon gut, schon gut. Soll ich euch... Soll ich euch... Soll ich euch... Es ist gut, das sofort zu erledigen. Soll ich euch... 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 Oh Gott! Oh Gott! Ist es dir? ... du fandest hier! Wir sind nicht... Es scheint eine Art Phylakterion zu sein, das auf magische Weise die Essenz eines Magiers konserviert. Es würde mich allerdings überraschen, wenn das alles wäre. Er sieht auf jeden Fall elfisch aus. Allerdings würde das, was ich über meine Ahnen weiß, in einen halb so großen Edelstein passen. Ich kann leider nicht mehr darüber sagen. Ist das da drin Blut? Wem es wohl gehört? Nach so langer Zeit müsste es eigentlich eingetrocknet sein. Also ist sicher Magie im Spiel. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017